So, wir stehen schon hier. Gleich mal einschalten. Ich habe mir gedacht, dass sich das wieder nicht ausgeben wird mit dem Anhänger. Rufen zu eng. Genommen. Gut. Letztes Feld. Das sage ich nur dazu. So, wir sehen uns jetzt mal wieder. Aber das stimmt. So, wir sehen uns jetzt wieder. So, wir sehen uns jetzt wieder. Okay. Wir müssen uns das kurz da unten dann anschauen, weil das ist ja ziemlich verfinkelt da unten. Und die Hauptstraße auf jeden Fall runter, weiter fahren. Das ist auf jeden Fall drin. So, das geht da ja noch weiter. Gut, wenn da das eh schon am Weg gibt, dann werden wir uns da jetzt nicht anmischen. 65 bis 68 werden wir das einfach nennen. Das können wir dann weiter hinten da an der Ecke machen. 65 bis 68. Dann stellen wir uns hier her. Dann kann man schon mal runterfahren. Das machen wir jetzt eh so. So, am Grasballen kriegen wir einen 180er dann vom Moabsee. Und das heißt... ... 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